Für mich super wichtig als Baufinanzierer ist es, aus den vielen Finanzierungsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten die es gibt, für den Kunden die individuell perfekte Lösung zu finden. Das Thema Vertrauen spielt auch eine sehr sehr große Rolle, denn es geht um viel Geld und mir ist total wichtig, dass der Kunde mit der Lösung happy ist, sein Traumhausprojekt umsetzt und anschließend die nächsten Jahrzehnte dort leben kann.